vielleicht schaffe ich auf den wird man gar nicht mehr komplett jetzt in der aufnahme weil ich brauche eigentlich nur ein bisschen material bäm ist immer cool so nebenbei mal noch da ich noch was das zerstören wir mal hier falls als wenn einer wirklich alles guckt so die ganzen videos hier habe ich diesen diesen battering durchgeworfen den schalter aktiviert und zum teil mitgenommen da habe ich mal ganz kurz von geredet in der aufnahme stefan guck mal da ist noch der bank scheint der ort zu sein jetzt muss ich den kanister finden ja ja doch auf hier rum zu tanzen so ja bandenkampf machen das einfach einfach drauf und es sind ja auch nicht gerade die stärksten gegner hier aua insekts sagt feint aber nicht mich oder ich bin ja eher eine federmaus das ist nicht wirklich ein insekt aua die sind nicht stark aber sie sind viele das wird ihnen vielleicht nützlich sein ich habe doch gekontert ah ich habe doch gekontert alter rieche und krämpfe im finger noch mal schockern schuhe oh man nein ich bin gleich tot nur wegen wegen den komischen messer typen und meinten jetzt habe ich hier schon so auf cool getan von wegen die machen mich nicht kaputte ich hoffte auf einen besseren kampf bain ey du sitzt schon lange im knast was willst du von mir du flitzbieber ja kommt lass mich das hier bain lass das mich bain wo ist denn das jetzt hier lass mich das bain muss doch hier sein oder hä gegners wo sind die gegners jetzt muss ich wieder dahin flattern aha das scheint der ort zu sein jetzt muss ich den kanister finden muss den kanister finden du wirkst entmutigt du wirkst entmutigt ja das brauchst du ich muss aber den scheiß konter ich habe immer das gefühl ich drücke rechtseitig und diesen messer ignoriere ich weil ich da das gefühl habe ich kann es viel zu selten abwehren komm wir haben uns gleichzeitig geschlagen das hört sich nicht wie schmerzen an sondern eher so wie äh hat er mich doch getroffen wenn er sich anlegt jetzt geht's rum baby schnappt ihn euch oh mann was schon wieder tot mann ich kack die wand an jetzt kommt noch der pinguin pingu pinguin kack schafft ihn hier raus nä und knallt nicht in die wahre die ist viel wert dieser satz der kann nicht grammatikalisch richtig sein knallt nicht in die wahre das hört sich versaut an naja ich habe ja gesagt vielleicht schaffe ich das nicht hier gleich beim ersten mal weil natürlich die aufnahmezeit nicht reicht das scheint er auch zu sein jetzt muss ich den kanister finden falsche richtung ich wollte niemanden ausschalten ich wollte niemanden ausschalten aufschalten ja weg hier mit euch will ich gar nichts zu tun haben wiiiiiiiiii wiiiiiiiiii wiiiiii was interessieren sie sich für mich über auf einmal nicht einfach achso du kannst nicht siegen ich kann siegen ich muss dich nur überhillen Vielleicht muss ich mich doch erstmal ein bisschen hier am Rand aufhalten Nicht gleich in die Menge, die da gerade kommt Genau das was ich glaube Oh man Der will gewinnen Oh ich hab, ja ok ich hab gekonnt Oh den nicht Komm schon, komm schon, komm schon Weg 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 Ha 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 Na wer hat's erkannt Das Lied Ich klebe euch alle voll Ich bin super toll Nicht einer von euch hat ne Schusswaffe Dadurch Seid ihr ja eigentlich nicht so schwer Seid ihr ja eigentlich nicht so schwer Holt mich hier raus Lass uns kämpfen Lass uns kämpfen Was ist das? Juano? Ah Wer wird uns nicht überlegen Ach komm Ich glaube ich hab mich jetzt ein bisschen aufgeladen Ja jetzt lass ich mich ja ein bisschen kaputt machen Muaah 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 Huch konzentriert hier Muaah Es dürfte es eigentlich klappen Kann fast nichts mehr schief gehen Fast Ich dachte nur fast Ok Das war der letzte anschein Verhöre den letzten Gegner Wo ist er denn? Es braucht Mut um seine Niederlage einzugestehen Du Dann gesteh mal Wo ist der Kanister? Weggeflogen Du wirst ihn nie finden Weggeflogen Kanister wo bist du? Ich muss rausfinden wo sie hingeschafft wurden Wie wäre es mit einem Scan des Gebietes? Vielleicht haben sie wichtige Hinweise auf ihren Aufenthaltsort zurückgelassen Gn Ha das ging schnell diesmal Scheint als wären sie unterwegs zu My Alibi Was ist das was jetzt? My Alibi My Alibi My Birdman Jetzt noch mal 75% Das ist seltsam Aber ok Auf Auf Obwohl Was heißt Auf Auf Ähh Gebiet Gebiet Ich will schnell Reise machen natürlich Bin ja der Pimp hier Wuii Fliegt man ja nochmal nach oben Hallo Ja, ich geh aber wieder Ich will nix mit euch zu tun Hier hin Bisschen nach da Was ist das hier unten? Ich mach die mal kaputt Schwäbäm Klick klick macht's da nur Na Jetzt mal nochmal Bis meine Schockhandschuhe geladen sind Dann geh ich ja auf dich Nein Bams Bams Shazams Ja Lass mich einfach gehen Nein ich lass dich nicht gehen So Haben wir hier ein bisschen Ruhe gemacht Und Ach guck mal da ist Kann ich wieder nebenbei was aufsammeln Und dann ist es ja hier Sehe ich gerade Mei Allebei Na dann Ladebildschirm Ladebildschirm Burt Der macht Party hier Mit Batman will ich ihn einfach zusammenschlagen Der tut mir jetzt schon leid Hier kann ich reingehen Da kann ich runter Schön ihr wollt den Club Er gehört euch Aber wenn der Boss davon erfährt Er hält sich fern wenn ihm sein Leben lieb ist Das ist Burt Ah Die Fledermaus Genau wie Bane vorhergesagt hat Komm endlich da runter Damit ich dich töten kann Also auf dem Ich dachte schon du fragst nie Auf dem Bild Sah 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 dir gefährlich aus Oh Hör auf damit Jetzt Stirbst du Leide Oh man Ich kann doch nicht allen ausweichen Ui Ah Ah Oh schon wieder A drücken Oh man Zieh die mir was ab davon Äh damit überhaupt Weil Ich entkomme ja eigentlich schnell wieder Ja, wieder. Ja, und jetzt so, genau. Boah, ich bin ganz, ganz eingespannt und ruhig. Hä? Vorbei? Wer bist du? Man nennt mich Burt. Baines Stellvertreter. Das wird ein Rückschlag für ihn sein. Bane hat schon alles, was er braucht. Er wird dich finden. Er wird dich brechen. Abgeschlossen. Also, melde das der Polizei. Also, wenn diese Männer aufs Revier bringen und befragen. Das passt jetzt natürlich von der Hauptstory her nicht mehr so ganz. Denn, äh, Baines ist ja Geschichte. Ich wollte hier mal noch gucken, was hier wartet. Gleich machen wir den Stufenanstieg. Ach, hier kann ich, äh, von hinten angreifen oder abhauen. Ich glaube, das ist abhauen. Dann gucke ich doch nochmal in die Arena. Also, jetzt diese Aufnahme. Also, gleich ist ja zu Ende, wie ihr sicherlich schon im Video sehen könnt. Waren die Gegner wesentlich einfacher als letzte Woche. Mit Anarchy und, äh, Dingens hier. Deadshot. Vor allem Deadshot. Anarchy ging vielleicht noch. Obwohl ich da auch mal gestorben bin. Aber, naja. Was geht denn hier ab? An Strauss, boah. Das ist ja... Das ist ja wie beim Goat Simulator jetzt. Oh, ich ging gruselig ja. Aber hier ist gar nichts. Oder? Jetzt täusche ich mich. Luftschacht. Voll die Club-Mega-Club-Club-Mega-Musik. Na, was soll's? Geh mal raus. Geh mal raus. Ach, kann ich nicht vielleicht den Typen, den die hier... vermöbeln wollten? Äh, kann ich gar nichts mit dir machen? Ach, guck mal. Hier steht Exit. Vielleicht ist da hinten doch noch was. Schneeell. Hop-hop-hop-hop-hop-hop-hop-hop-hop-hop-hop-hop-hop-hop-hop-hop-hop-hop-hop-hop-hop-hop. Schu-ge. Schu-ge. Doch, toll. Hä? Hä, da steht doch... Ach so, Exit, ich muss einfach wieder da raus, wo ich herkomme. Ach, man. Denk ich, ich kann hier noch was finden. Aber nichts ist... Alles verarsche. Okay, machen wir... Nein, wir gehen erst. Ah, ich hab schon... Ich muss sagen, ich hab schon gedacht, die Gegner sind wieder da. Ich höre welche, aber... Ah ja. Okay, wir sind hier. Der hat mich gerade gestört. So, mal sehen. Was haben wir denn hier noch? Hier gehen wir hin. Und dann haben wir Splitterklebegranate. Ja, ich denke, kommt das raus, was da steht. Splitter, Klebe, Anhänger, Sensor, bla... Alles, Klebegranate hier. Dann Explosiv-Gill. Interessant, da kommt noch einiges. Moment. Nein, 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 Moment, Moment, hab ich gesagt, Mann. Hört mir doch zu. Wir haben jetzt... Es steht nicht mehr da, von wem ich's bekommen hab. Das hätt ich gern gewusst, was ich jetzt dazu bekommen hab. Weil ich merk mir nicht, was hier jetzt gerade eben noch verschlüsselt war und was jetzt aufgelöst. Na ja. Feieraktenbericht. Profile. 50%. 50%. Ach, guck mal. Hier ist der Bird. Angel Bird. Valunda. Banes Stellvertreter, Südamerika. Okay, 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 okay. Dann haben wir noch, äh, den Matt Hatter. Jervis Tetsch. Okay. Fehlt uns einer nur noch? Das kommt dann wohl noch. Aber wieso steht da 50% dann? Ist egal, ich laber schon wieder zu viel hier. Ich wollte einen Stufenanstieg, oder hab ich den jetzt schon gemacht? Doch, den hab ich doch gemacht. Nein, nein, nein. Ich bin verwirrt. Und ich mache keine Fehler. Okay. Ich würde sagen, ich verabschiede mich. Nächste Woche versuchen wir wieder zwei Nebenauftragsleute, oder natürlich mehr, wenn das geht, zu machen. Äh, ja, und dann, äh, würde ich sagen, bis nächste Woche. Ähm, ja, die Zeit reicht. Gut, bis dann. Tschüüüüüss. Untertitelung des ZDF, 2020